Flächenversiegelung, Hochwasserschutz sind aktuell brisante Themen, nicht nur in den Katastrophengebieten, auch bei uns hier in Buchen. Hier wird gerade ein Auslaufbauwert gebaut, das vor allem dazu dient, die Regenmengen zu bremsen und nicht sie zurückzuhalten. Wie andere Kommunen das Thema Versickern und Versiegeln vorbildlich zum Thema machen, habe ich in meiner Videobeschreibung unten in ein paar Links zusammengepackt.